Ich bin Raoua Alsamman. Ich komme aus Syrien, Damaskus. In der Damaskus-Universität habe ich Englisch Literatur studiert und als Englischlehrerin gearbeitet. Danach habe ich viele Kurses in Human Development, NLP, Neurologuistic Programming und auch Training of Training, Trainer gemacht und als Piraterin und Trainerin gearbeitet. Im Unlimited Horizon Institute in Damaskus. Danach im 2012 bin ich nach Algerien gereist und dort vor drei Jahren gewohnt und gearbeitet. Im 2015 bin ich nach Deutschland gekommen und nach einem Jahr habe ich eine Syrera Frau, die heißt Arua Azuz, kennengelernt. Sie war eine Kollegin von meinem Sohn im Deutschkurs und durch Arua Azuz habe ich gehört über Circle Peace, Gruppe für geflüchtete Frauen unterstützt. Im In-Kontakt-Gestalt-Institut mit Frau Gabriele Bleinkertz und nach einem Jahr bin ich die Leiterin von Circle Peace Gruppe geworden und bis jetzt wir arbeiten zusammen und wegen Corona wir dürfen uns online und auch wir sind jetzt drei Gruppe, nicht nur Bauern in Berlin, sondern auch in verschiedenen Städten in Deutschland und Europa und auch Dubai, auch in Syrien. und ich habe auch Gestalttherapie Ausbildung gemacht, bis jetzt drei Jahre und ich habe Abschluss als Gestaltberaterin und jetzt arbeite ich bei Olalia, Eigensinn, Organisation für Frauen, die Gewalterfahrungen haben und auch bei Navitas im Bereich Familienhilfe als Familienhelferin und und ehrenamtlich arbeite ich auch im In-Kontakt-Gestalt-Institut als Assistant im Workshop mit Western-Macheten über Sü Silva Bayern und mit also, und wir arbeiten zusammen seit sieben Jahren und jetzt und jetzt gründen wir einen Verein, damit wir Geld verdienen und unsere motivates prov Bock hat wir das Projekt Jetzt planen wir eine vierjährige Gestalttherapie für die arabische und syrische Gruppe machen. Und wir haben am 12. August, nächsten Samstag, Infoabend um 3 Uhr, wir sprechen über was die letzte Gruppe von Gestalttherapie-Workshops profitiert und auch wir sprechen über unseren neuen Verein und unsere neuen Projekte. Normalerweise, sagte ich, ich freue mich auf mich kennenzulernen. Ich bin begeistert von Gestalttherapie. Hier in Berlin mit Gestalttherapie habe ich mich kennenlernen. Ich habe entdeckt, dass früher, habe ich viele Rollen gespielt. Aber jetzt und hier kann ich einfach rauer sein. Kann ich einfach lebendig Menschen sein. Ohne Masken, ohne Rollen. Ja, kann ich auch Rollen spielen, aber jetzt bin ich selbstbewusst und deswegen von Gestalttherapie habe ich viel profitiert. Ich habe immer einen Lernen-Prozess. Ich habe Updates gemacht für meine Identität, Werte, Gedanken. Ich habe gelernt, und ich habe schockiert, wenn ich habe das gelernt, dass Aggressionenergie ist nicht negative Energie, sondern kann sehr sinnvoll negativ sein. Wenn wir benutzen, wenn wir diese Energie, wenn wir brauchen unsere Grenzen zu setzen, wenn wir möchten Nein einfach sagen. Und das ist sehr wichtig, um Mensch, um Mann selbst unterstützen und lieben und erste Proprietät im Leben geben. Ich habe viel von Gestalttherapie gelernt. Ich habe gelernt, wie kann man mit Körper kontaktieren, mit Erde, mit Natur, mit Universum, mit Atmen, mit Gedanken und Gefühl. Gibt es kein negativ oder positive Gefühl, gibt es kein Recht oder Falsch, sondern das ist Leben, alles zusammen und wir können von unseren Erfahrungen und von einander Erfahrungen immer lernen und lernen. Ich habe gelernt, dass Identität ist Reflexion von Umfeld und wegen Immigration. Jetzt haben wir ein neues Umfeld und deswegen brauchen wir Updates zu unserer Identität zu machen. Unsere Identität ist lebendig und wir können immer jetzt und hier neue Sachen machen, neue Identität machen, neue Wörter machen. Wir können einfach leben, wir können einfach lebendig sein. Von Gestalttherapie habe ich gelernt, dass unsere Krankheit auch uns heilen können. Krankheit sind viele Gefühle drin in unserer Kurve und Krankheit ist ein Signal, ein wichtiges Signal, das wir brauchen, mit unserem Gefühl und Körper zu kontaktieren und akzeptieren und viel lernen. Damit unsere inkompletten Erfahrungen und Trauma, wir können einfach das lassen. Und diese Krankheit ist wie Leiterin, um gesundes Leben und lebendig leben. Im 2020, im Januar, habe ich schockiert, habe ich gehört, dass acht jungen Männer sind gestorben, weil wegen Hartattack. Ich kenne einen von diesen Männern und ich habe mich schockiert, wenn ich mich gefragt, warum, aber ich habe danach entdeckt, dass er hat Suicide gemacht. Und bis jetzt, wir haben dieses Gefühl von Suicide und deswegen viele Menschen sagen auch Hartattack, nicht weil Suicide, weil das ist unakzeptabel in unserer Kultur. Und weil ich mich schockiert habe und weil ich viel Verantwortung habe. Von diesem Moment habe ich meine Entscheidung getroffen, dass ich immer sprechen möchte über Psychotherapie, Gestaltstherapie, Unterstützung. Wir brauchen einander. Besonders nach der Erdbeben, die in der Türkei und Syrien passiert. Ich sagte, wir können einander tragen, auch wenn die Erde und die Welt uns nicht tragen. Und nicht trotz allem, was passiert ist, sondern aufgrund dessen, was passiert ist, können wir zusammen, können wir gemeinsam Wunder bewirken. Ich bin sehr dankbar, dass ich bin jetzt und hier in Deutschland, in Berlin, im Inkontaktgestaltinstitut, im Bereich Gestaltstherapie. Hier fühle ich mich Mensch, lebendig und ich lade euch an, um wir zusammen Psychotherapie anbieten und lernen, um selbst mehr Leben und Priorität zu geben. Ich bin sehr dankbar für euch und am Ende schließe ich, dass wir am 12. August, nächster Samstag, um 15 Uhr, haben wir diese Infoabend, um wir zusammen kennenlernen und unsere Erfahrungen tauschen und bleiben in unserem Lernen-Prozess. Vielen Dank und Tschüss.